Bleibt, kann die Borussia hier Tore schießen und davor muss sie die Frage beantworten, findet sie wieder zu ihrem Spiel in etwa. Zwingende Kombinationen, sehr selten und die Möglichkeit durch Puls. Kein Abseits. Da wurde böse gezögert in der Abwehr, wir werden diese Szene gleich in der Zeitlupe sehen. Davies, Volldass, der linke Außenverteidiger geht mit. Courant, Courant und Tor. Kompliment für den FC Brücke und schade um die Borussia. Ja, glänzend gespielt, ausgespielt, ausplatziert und kein Kommentar zu diesem Bild. Wimmer. Kein Abseits. Kulik. Hat er die Nerven. Und kein Anschlusstreffer. Das war nicht leicht, denn der Raum wurde eng nach diesem Dribbling. Herbert Wimmer, der kluge Pass, ausgezeichnet gespielt. Dann kommt Jensen aus dem Tor. Er wird abgedrängt nach rechts und dann mit dem rechten Fuß. Vorbei an einem Verteidiger. 1 zu 2 in der 43. Minute. Stücke. Monow, Simonsen und Wittkamp und Simonsen und Ausgleich. Ein Abpraller. Zunächst Wittkamp und dann der kleine Däne. 62. Minute. Die Flanke von Bonow. Wittkamp Kopfball. Jensen lässt abprallen und Simonsen ist da. Krieger auf der Linie, der kann nicht mehr retten. Die Flanke von Bonow.